Isabels Tagebuch – Der Besuch Liebes Tagebuch, heute ist es endlich soweit. Meine beste Freundin aus Paris, Luise, ist nach Berlin gekommen, um mich zu besuchen. Trotz ihrer Flugangst hat sie sich in ein Flugzeug gesetzt. Der Flug war auch ziemlich unruhig. Und das Flugzeug hat sehr gewackelt. Die Arme war ganz blass, als sie gelandet ist. Ich mag auch keine Turbulenzen, aber zum Glück ist ja nichts passiert. Als sie mich gesehen hat, wurde es besser. Wir haben uns umarmt und sie konnte sich auf ihren dreitägigen Aufenthalt in Berlin freuen. Länger kann sie leider nicht bleiben, weil sie am Dienstag wieder arbeiten muss. Sie konnte sich nur am Montag freinehmen. Wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu meiner Wohnung gefahren. Das U- und S-Bahn-System ist gut und Luise hatte ja auch nicht so viel Gepäck dabei. Sie war begeistert von der Wohnung und hat mich bewundert, weil ich den Mut hatte, einfach so allein in ein anderes Land zu ziehen. Aber so schwer war das ja eigentlich nicht. Natürlich hat sie auch sofort ein Bild von Markus und mir entdeckt, das wir an dem Abend gemacht hatten, als ich sein Portemonnaie gefunden hatte und das jetzt an meiner Kühlschranktür hängt. Ich hatte ihr noch nichts von ihm erzählt, aber sie hat gleich gemerkt, dass ich mich für ihn interessiere und wollte ihn unbedingt kennenlernen. Na gut, also habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hat, Luise mit mir die Stadt zu zeigen. Und er war dabei. Der Tag war wunderbar. Markus war wieder super nett und hat uns ein paar Geheimtipps gezeigt, die ich auch noch nicht kannte. Zum Beispiel haben wir uns den Gendarmenmarkt angeguckt, den angeblich schönsten Platz von Berlin, und sind auf den Französischen Dom gestiegen. Vom Französischen Dom aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt. Morgen wollen wir drei zusammen zu einem Open-Air-Konzert im Mauerpark im Bezirk Prenzlauer Berg gehen. Ich freue mich schon darauf. Isabels Tagebuch – Der Besuch Liebes Tagebuch, heute ist es endlich soweit. Meine beste Freundin aus Paris, Luise, ist nach Berlin gekommen, um mich zu besuchen. Trotz ihrer Flugangst hat sie sich in ein Flugzeug gesetzt. Der Flug war auch ziemlich unruhig und das Flugzeug hat sehr gewackelt. Die Arme war ganz blass, als sie gelandet ist. Ich mag auch keine Turbulenzen, aber zum Glück ist ja nichts passiert. Als sie mich gesehen hat, wurde es besser. Wir haben uns umarmt und sie konnte sich auf ihren dreitägigen Aufenthalt in Berlin freuen. Länger kann sie leider nicht bleiben, weil sie am Dienstag wieder arbeiten muss. Sie konnte sich nur am Montag freinehmen. Wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu meiner Wohnung gefahren. Das U- und S-Bahn-System ist gut und Luise hatte ja auch nicht so viel Gepäck dabei. Sie war begeistert von der Wohnung und hat mich bewundert, weil ich den Mut hatte, einfach so allein in ein anderes Land zu ziehen. Aber so schwer war das ja eigentlich nicht. Natürlich hat sie auch sofort ein Bild von Markus und mir entdeckt, das wir an dem Abend gemacht hatten, als ich sein Portemonnaie gefunden hatte und das jetzt an meiner Kühlschranktür hängt. Ich hatte ihr noch nichts von ihm erzählt, aber sie hat gleich gemerkt, dass ich mich für ihn interessiere und wollte ihn unbedingt kennenlernen. Na gut, also habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hat, Luise mit mir die Stadt zu zeigen. Und er war dabei. Der Tag war wunderbar. Markus war wieder super nett und hat uns ein paar Geheimtipps gezeigt, die ich auch noch nicht kannte. Zum Beispiel haben wir uns den Gendarmenmarkt angeguckt, den angeblich schönsten Platz von Berlin und sind auf den französischen Dom gestiegen. Vom französischen Dom aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt. Morgen wollen wir drei zusammen zu einem Open-Air-Konzert im Mauerpark im Bezirk Prenzlauer Berg gehen. Ich freue mich schon darauf. Wenn ihr dieses Video gefallen habt, dann abonniert mich auf meinen Kanal und abonniert mich auf meinem Komprehensiv- und Clearly Structured-German-Video-Course auf www.german2go.com. Danke! 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 Danke!